Mein Name ist Marianne Hoffmann. Ich komme aus der Freien und Hansestadt Hamburg. Ich bin dort im Sportamt als Abteilungsleiterin für Sportveranstaltungen tätig und habe in dem Zusammenhang natürlich auch viel mit Fußballveranstaltungen zu tun. 2006 war ich im WM-Team Projektkoordinatorin für die Vorbereitung und Durchführung der Fußball-Weltmeisterschaft. Besonders gern mochte ich oder Riesenspaß hat es mir gemacht, wenn wir die südafrikanischen Kollegen vor Ort beraten konnten anhand von Plänen, wenn wir die Pläne ausgebreitet haben und dann gemeinsam nach Lösungswegen gesucht haben. Dass Südafrikaner feiern konnten, das wusste man in der Welt. Aber dass sie auch organisieren können, das haben sie erst mit der WM unter Beweis gestellt. Und das Thema Fußball wird mich auch weiterhin begleiten. Brasilien 2014 ruft und im Dezember ist mein erster Einsatz in Brasilien.